Aktuelle Studie Eine Gruppe finnischer Forscher hat herausgefunden, dass fast die Hälfte der plützlichen Herztod ein unbemerkter Infarkt vorausgeht. Es gibt einige Risikoanzeichen für die Erkrankung. Einem plützlichen Herztod geht oft ein unbemerkter Infarkt voraus. Das hat eine finnische Studie herausgefunden, die die Autopsieberichte und Krankengeschichten von 5.869 Patienten ausgewertet hat. Die Forscher entdeckten, dass rund 70% der untersuchten Fälle an plötzlichem Herzversagen aufgrund einer koronaren Herzkrankheit starben, ohne von der Erkrankung zu wissen. Wiederum rund 42,4% dieser Fälle zeigten bei der Autopsie Anzeichen unbemerkter, sogenannte stille, Herzinfarkte. Hinweis darauf gibt Narbengewebe auf dem Herzmuskel, das aber erst nach dem Tod der Patienten entdeckt wurde. Ansonsten blieben die stillen Infarkte aber unbemerkt. Dabei erhöhen sie das Risiko für einen plützlichen Herztod und Herzversagen bei Patienten. Akute Nukadinfarkte sind, wenn sie erkannt werden, hingegen mittlerweile gut behandelbar. Die finnische Untersuchung zeigt, dass Patienten, die stille Infarkte erlitten hatten und an plötzlichem Herztod gestorben sind. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass EX von Patienten, die stille Infarkte erlitten hatten, öfter Unregelmäßigkeiten aufwiesen. Die Studienautoren empfehlen deshalb, Hochrisiko-Patienten mit EX zu untersuchen und bei Auffälligkeiten MRTS und Echokardiografie zur Abklärung von Herzerkrankungen einzusetzen. In der Studie verglichen die Forscher Autopsieberichte, klinische Merkmale und EKG-Werte von Patienten der Finnish Genetic Study of Ahythmic Event, Fingerstorre. Der Großteil der untersuchten Personen war männlich und Mitte 60. Das Forscherteam hatte Zugang zu Krankenakten, Echs und Fragebögen von Angehörigen der Verstorbenen. Die große Menge an Patientendaten ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass in Finnland Autopsien bei allen unerwarteten Todesfällen verpflichtend durchgeführt werden. Experten weisen darauf hin, dass durch die lange Studiendauer und wechselnde Pathologendaten jedoch verzerrt sein könnten. Die Themenfelder Cholesterin und Herz-Kreislauf-Gesundheit werden Ihnen in Kooperation mit der Amgen GmbH, Wiestraße 24, 80.992 München, präsentiert. Die Amgen GmbH hat keinen Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung, diese liegt ausschließlich bei der Redaktion von t-online.de. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team